Hallo, ich bin Vanessa und begleite dich durch dieses Lernvideo. Im Intro hast du gelernt, was eine Streckensymmetrale ist und welche Eigenschaften sie hat. Im Basic möchte ich dir zeigen, wie du die Streckensymmetrale konstruieren kannst. Dafür brauchst du mehrere Blätter glattes Papier, ein Geodreieck, einen Zirkel und einen spitzen Bleistift. Stoppe das Video und hole alles, was du brauchst. Um mit dem Zirkel gut arbeiten zu können, lege mehrere Blätter Papier übereinander. Falls du Hilfe beim Umgang mit Geodreieck und Zirkel brauchst, schau dir diesen Lernzyklus an. Nimm dein Geodreieck und zeichne am obersten Blatt eine 7 cm lange Strecke. Kennzeichne die beiden Enden mit einem kurzen Strich. Beschrifte den Anfangspunkt mit A und den Endpunkt mit B. Achte darauf, dass oberhalb und unterhalb der Strecke Platz ist. Ich zeige dir nun Schritt für Schritt, wie du eine Streckensymmetrale konstruierst. Schau mir zunächst zu. Dann stoppe das Video, mache die Schritte nach und vergleiche mit meiner Konstruktion. Mit der Spitze des Zirkels steche ich beim Punkt A ein. Nun öffne ich den Zirkel so weit, bis die Bleistiftmine sicher rechts vom Mittelpunkt der Strecke ist. Dann ziehe ich einen Kreisbogen und starte dabei oberhalb der Strecke. Sieh dir meine Zeichnung an. Stoppe nun das Video und ziehe den Kreisbogen auf deinem Blatt. Vergleiche mit meiner Zeichnung. Dann setze das Video fort. Nun ist eines ganz wichtig. Lass die Einstellung des Zirkels unverändert. Lege den Zirkel aus der Hand und ziehe mir wieder zu. Jetzt steche ich in den Endpunkt der Strecke ein und ziehe wieder einen Kreisbogen. Die beiden Bögen schneiden sich in zwei Punkten. Ich markiere sie jeweils mit einem X. Stoppe nun das Video und konstruiere den zweiten Kreisbogen. Vergleiche mit meiner Zeichnung und setze das Video fort. Ich lege das Geodreieck an und verbinde die Punkte, die ich mit X markiert habe. Die Gerade geht über die beiden X hinaus. Bestimmt weißt du, dass diese Gerade die Streckensymmetrale ist. Stoppe nun das Video und zeichne die Verbindungslinie ein. Wenn du fertig bist, vergleiche mit meiner Zeichnung und setze fort. Beschrifte die Streckensymmetrale mit SAB und den Mittelpunkt mit MAB. Dann zeichne den rechten Winkel ein. Überlege, wie du überprüfen kannst, ob du die Streckensymmetrale richtig gezeichnet hast. Denke an die Eigenschaften, die du im Intro gelernt hast. Prüfe, ob deine Streckensymmetrale diese Eigenschaften erfüllt. Stoppe nun das Video. Wenn du fertig bist, klicke auf Play. Bestimmt hast du an zwei Dinge gedacht. Erstens musst du den Winkel zwischen der Strecke und der Streckensymmetrale messen. Er muss 90 Grad sein. Lege das Geodreieck so an, dass die Mittellinie auf der Strecke liegt. Ja, wir sehen, dass der Winkel zwischen Strecke und Streckensymmetrale ein rechter Winkel ist. Perfekt! Zweitens halbiert die Streckensymmetrale die Strecke. Miss die Länge der Strecke A, M, A, B und die Länge der Strecke M, A, B, B. Bestimmt sind auch bei dir die beiden Strecken genau 3,5 cm lang. M, A, B halbiert die 7 cm lange Strecke A, B. Ich habe nun eine Aufgabe für dich. Zeichne die Strecke C, D mit einer Länge von 9 cm. Die Strecke liegt nicht parallel zum oberen Blattrand. Lass sie von links unten nach rechts oben laufen. Kennzeichne C und D mit kurzen Strichen und beschrifte den Anfangs- und den Endpunkt. Konstruiere die Streckensymmetrale, so wie wir dies vorhin gemeinsam gemacht haben und beschrifte deine Zeichnung. Stoppe nun das Video. Wenn du fertig bist, klicke auf Play und vergleiche mit meiner Zeichnung. Vielen Dank. Die Streckensymmetrale SCD teilt die Strecke CD in zwei gleich große Teilstrecken. Der Abstand von C zu MCD und der Abstand von MCD zu D ist jeweils 4,5 cm. Das Symbol für den rechten Winkel zwischen der Strecke und ihrer Symmetrale habe ich bei MCD eingezeichnet. Ich möchte dir zeigen, was passiert, wenn du den Zirkel nicht weit genug öffnest. Hier siehst du die Strecke EF. Ich öffne den Zirkel nicht so weit. Du siehst, dass der Abstand der Spitze und der Mine kürzer ist als der Abstand zwischen E und dem Mittelpunkt der Strecke EF. Ich zeichne wie vorher die Kreisbögen. Einmal von E ausgehend, dann von F ausgehend. Du siehst, dass sich die beiden Kreisbögen einander nicht schneiden. Es gibt keine Schnittpunkte und daher kannst du keine Gerade ziehen. Ich bin mir sicher, dass du dir gemerkt hast, was wichtig ist. Öffne den Zirkel weit genug und verändere die Zirkeleinstellung nicht. Super, jetzt kannst du die Streckensymmetrale einer Strecke mit Geodreieck und Zirkel konstruieren. Klicke doch noch ins Mastery Video. Dort lernst du die Anwendung der Streckensymmetrale für den Umkreis eines Dreiecks kennen. Bis bald! Bis bald!